Hi, ich bin Leila und spiele die Berenike. Sie ist immer noch die arrogante und reiche Zicke geblieben, wie im ersten Teil. Wollt ihr vielleicht mal mein Gepäck aus dem Bus holen? Sie hat jetzt halt auch ein bisschen andere Interessen, also das Thema Liebe tritt jetzt auch in ihr Leben. Berenike, bin schon fertig. Die Berenike und die Kaninchen mögen sich immer noch nicht so wirklich. Mit den gackigen Lämmergötz in einem Zimmer schimmeln einem ja die Ohren ab.